ich mache eben ja challenge projekt gegen fiet mit seiner netten dame der shelly online meinem partner den prüsi hallo für sie ja wenn du so weit bist was machst du mit der kettensäge wenn ich hätten sie aber weg nach oben scrollen mit der maus also sag wenn du zeit hast rechte maustaste zum werfen so ein basketball beinwerfen ich habe uns ein bisschen geld zugeordnet dauert zu lange ist einfach einmal links dann hältst du sie fest hier warte links dann hältst du sie rechte maustaste wirfst du war das für mich ich habe gar nicht gehört was denke ich sie muss mit dem grundlader sie muss versucht einfach nur ballen zu werfen und wusste nicht wie man bei einem fest und bei werfen kann sie steht hier vorm rinderstall wir haben direkt vorm rinderstall abgeladen und dürfen wir reinschmeißen was wir nicht dürfen sind glaube ich strohballen vom feld nehmen damit die seemaschinenruhe fahren darf oder was war da nicht was aber ich habe so ein kommentar bei mir gelesen was sehr aufmerksame zuschauer am start überall sind überall ja aber uns wurde auch gesagt wir haben definitiv zurückgesetzt zum händler aber nachdem haben wir ja gesagt dass es okay ist weil ihr haltet euch ja eh nicht dran dann wurde ja gesagt was ist jetzt ein fahrzeug oder ist es ein gerät oder eine maschine ist natürlich ein bisschen spalterei ja ja was für sie du wolltest noch was anmerken welche den regelverstoß also was da schon wieder viele haben ja auch gesagt ist ja schön und gut aber man sieht nur feld actions seite das ist nicht vorstellen können dass die shelly nicht gegen das wurde auch immer in den klammern sind ein klammer zu ist da bestimmt einige fehler auch schon passiert sind aber man es leider nicht sieht und deswegen sollte man mit den beschuldigungen auch haben ab und zu mal ein auge zu drücken ja deswegen also wir spielen ja auch hier am spaß ich fand das eine war noch eine idee nach dem motto strafe wir haben auch immer noch nichts gemacht für das thema also ich glaube keiner von uns hat bisher irgendwas machen müssen und daher aber es waren aber auch noch nicht irgendwelche brutal sachen dabei irgendjemanden nachteile entstanden ist oder so ist ja auch wenn wir haben zurückgesetzt ihr habt zurückgesetzt das ist alles cool weiß ja das denke ich auch wenn du bist fertig fertig das ist doch nicht unser fahrzeug so kann ich denn mit dem rumfahren habt ihr euer fahrzeug nicht zugeordnet das steht jetzt irgendwo raus da junge dame sie fährt die ganze zeit wild mit dem unimog ich gucke so rüber denke hä unser hatte doch eine andere farbe oder guck noch mal genauer hä unser steht doch auf dem hoch ja da haben wir ja schon segelbruch ja hier werden ganz ganz großes kilo das hier gemacht wird ja hätte ich mal nichts gesagt hätte er verstehen lassen sollen ist eigentlich schon sehe ich gerade das ist muss ja eigentlich im moment nicht mal wir spielen nur ein fünffach also das sind zehn minuten sind oder er hat auch vorstellen dass noch in der heutigen folge passiert ich weiß nicht wie lange dauert es denn bis das wetter immer umspringt frage es wird auf jeden fall der heutigen folge passieren ja denke ich auch das ist ja nicht schlimm oder ja ich warte hallo ich hoch bisschen mal links Was suchst du denn? Achso. Was ist zu trinken? Achso, das warst du schon zugewiesen? Jaja. Das warst du schon zugewiesen. Da ist er. Den hast du glaube ich da sogar abgeladen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon wieder mit dem Dünger drüber kann. Eigentlich müsste hier schon wieder Dünger ready sein vorher. Oh, fucker. Entschuldigung. So was sagt man aber nicht. So was sagt man nicht bestimmt. Entschuldigung. Ach, war noch armlos. Ich war letzte Woche ein bisschen pissiger drauf. Ja, du warst aggro, ne? Scheiß Tag gehabt oder so. So gesagt. Kann man natürlich mal haben. Was? Wenn irgendwie zwei, drei Sachen schief laufen. Nächstes mal oben im Chat. Äh, oben im Dings. Oh, nächstes ist unser. Das ist Eura, oder? Ich hoffe es ist Eura. Ne, das muss Eura sein, glaube ich. Oh, ne, echt. So bei uns ist alles okay. Oh, ne. Der ist leer, den kannst du nicht mehr fahren. Fuck. Das sagt man aber auch nicht. Wer war das denn überhaupt? Wer war das denn überhaupt? Wer war das denn bei euch? Wer war das denn bei euch? Oh nein, das ist wahrscheinlich auch noch der JCB. Wie? Ja. Ich bin gerade so ein Fumpai gefahren. Versteht? Oh, jetzt ist jetzt die Wiesle? Nein. Wir müssen uns jetzt einen Tankfass kaufen. Oh mein Gott. Sollen wir euch ein bisschen Wieslein? Ja, wir haben auch einen Tankfass. Das ist doch ärgerlich. Das ist so schnell, ne? Das muss ich schnell, ne? Ja, fahren. Lass mal den los da und fahr dann gleich zum Shop direkt. Ich kaufe mal so ein Tankfass. Oder haben wir irgend so einen anderen Mod, der das kann? Ne, ne? So ein Überlader, so ein hier Allzweck. Blödsinn. Ähm, ich wüsste nur Kottepack. Aber das ist ja teurer, glaube ich sogar. Also ich glaube mit dem Wieslefass original bis am günstigsten. Nein, ich weiß jetzt nicht zu 100%, aber ich dächte. Ich habe den Silagebein gemacht für sie. Ist ja nicht hier, ist nur noch da reingehauen. Wir gehen mal kurz gleich wieder da. Okay. Channel switched. Also wir haben jetzt entweder das Kottefass. Das kann Wasser, Gülle und alles. Kostet 46.000. Hat 56.000 Kapazität. Was natürlich auch für Wasser auffüllen interessant wäre. Oder wir hätten dann eben ein Tankteil. Das kostet 8.500. Kann 3.700 und nur Diesel. Aber 8.000, ne? Sind so ein bisschen hergerissen. Das andere kostet 40.000 mehr, ja. Aber wir könnten zum Beispiel Wasser in Zukunft nur noch, noch einmal fahren und nicht zehnmal. Aber komm, wir kaufen das kleine nur. Wir brauchen erstmal den besseren Track. Ja. Gut. Mist. Geht uns tatsächlich hier der Sprit aus. Komplett leer gefahren. Oder? Äh ne, da ist doch noch was. Das ist doch gar nicht leer. Ist das ein anderes Fahrzeug? Haben wir noch einen Helfer mehr irgendwo? Oder wird er denn von einer Laute wieder aufgefüllt und wird einfach Geld abgezogen? Ich hab das Teil schon gekauft. Also kannst du es jetzt... Ach. Nicht Benzin leer, Raps? Also hier, Saatgut ist leer. Oh, Mann. Was passiert? Ja, müsstest du denen das anbieten, ob sie es kaufen wollen. Verkauf denen das mal für 10.000. Geh wieder zurück. Wir haben auch schon Sachen verkauft, ohne uns das zu fragen. Wollt ihr den Diesel fast kaufen? Ne, dann ja. Dann kannst du es direkt da vorne wieder verkaufen. Wir haben schon panikmäßig gedacht, dass es Diesel ist und Diesel fast gekauft. Dann gemerkt, dass nur Saatgut leer ist. Aber weil der Tank leer ist? Saatgut, ja. Toll. Deswegen mal, also Diesel fast wollt ihr nicht kaufen, ne? Das kleine für... Achso. Ne, ne, danke. Sonst aussteigen und da zu... Diese, äh, Ding mal so, Physik. Achso. Soll ich jetzt hochfahren wir nicht? Äh, ja, dann fahrst du hoch. Aber die ging es auch nicht, ja? Nein, nein. Das ist ein Saatgut. Ja, ein tausender Verlust, aber okay. Kannst du es da... Ach, du darfst... Ja, ich mach das. Direkt verkaufen, wieder. Ja. Im Glück war es noch nicht voll mit Diesel oder so. Wir sind jetzt aber auch umsonst rübergefahren. Ja, das hat Zeit gekostet, bestimmt. Warte, kann man nicht irgendwas kaufen noch, was du mitnehmen kannst? Ne, ich glaub nicht. Ja, ich glaub nicht. Kann ich keine Mischstation abladen. Alles weg schon wieder, ne? Der richtigen Seite, linke Seite. Durchfahren wir es in der Mitte und abgeben. Geht nicht. Ist eigentlich so schnell Wachstum drin oder was hier los? Probier mal rechte Seite dann. Mischseite ist auf der anderen Seite, Tino. Hinten, nicht, äh, drin ist nur Stroh und Silage. Du musst da, wo du Stroh, auf der gegenüberliegenden Seite musst du hin. Gut. Ja, hätte man vorher rein mal gucken sollen. Wunder. Ein Name. Ausgetrieben. Ähm. Mach du das mal rein. Schlimmer wird das Ernte auch 7, Bro. Irgendweil, mach du rein. Ja. Wir können da teilweise noch ein bisschen nachdüngen, aber vielleicht auch nicht reichen. Durchsinn. Helfer. Ja. Alles drin. Ja, nicht schon wieder dieser alberne Helfer. Ja, aber... Wir müssen das Geld noch zuschauen, oder? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Wenig. Scheetwerter. Was schnallt, ey. Ja. Tut's wahrscheinlich auch in echt bald, oder? Nochmal ist es. when it's windig werden am Wochenende. und nicht am Wochenende jetzt, morgen. Ich bin noch so ein bisschen raus, weil heute ist mein letzter Urlaubstag, morgen wieder zur Arbeit und nein. Warte. Okay. Das ist auch eine Woche, ist immer viel zu wenig. Ich fängt gerade an, sich dran zu gewöhnen, muss man wieder los. Wie lange hast du Urlaub? Ich hatte jetzt nur eine Woche, also jetzt sind sieben Tage insgesamt. Freitag von vorletzter Woche bis einschließlich heute, also sieben Urlaubstage. Die Sache ist, nach einer Woche fängt es sich jetzt gerade an, dran zu gewöhnen, aber jetzt leider schon wieder vorbei und morgen geht es wieder los zur Arbeit. Aber es ist eine kurze Woche, denn also dreieinhalb Tage, Freitag ist nur halbtags, halber Tag und nächste Woche, genau, nächste Woche haben wir jetzt ja neuerdings auch in Norddeutschland einen neuen Feiertag. Das stimmt wohl. Zurecht. Ja, echt fisch, dass wir umgehen sollen. Ja. Naja, da sind wir im Süden doch ups, deutlich besser dran. Habt ihr denn auch beide Feiertag nächste Woche oder nicht? Ich schon. Ich weiß nicht, wie es denn... Ich auch, ja. Ist das denn neu oder ist das bei euch schon immer gewesen? Bei uns ist das immer gewesen. Ja. Bei uns nämlich auch neu. Ja. Der 31. war schon immer Feiertag. Bei uns nicht. Also Norddeutschland, Niedersachsen, Hamburg, ich weiß nicht genau, welche Bundesländer das jetzt alles zum neuen Feiertag gemacht haben. Also zu einem freien, arbeitsfreien Feiertag. Bei uns ist das dieses Jahr das erste Mal. Kann ja auch, können die, ich meine, die hätten sich eigentlich schön am Tag im Sommer überlegen können, aber okay, Hauptsache, überhaupt ein freier Tag. Was machst du denn gerade für dich? Dünn gerade hier weiter, weil der Düngersteuer einfach auf dem Feld stand und nicht die Bahn. Ja, ja, ja. Problem ist, der Helfer hat hier abgebrochen. Ich weiß nicht, warum die letzte Bahn will er nicht. Ja. Mach schnell fahren. Ja. Oben am Feld steht schon alles vorbereitet. Dresch ist in Position. Hänger steht auch schon da. Überheilig. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe aber auch schon mal hingestellt, dass es schon mal da ist. Jo. Anhänger ist auch oben. Anhänger ist auch oben. Perfekt. Perfekt. Was ist denn? Ach so. Nein. Bitte? Waren wir schon weg? Ja, wir waren schon weg. Ihr wart noch nicht weg, ne? Aber. Wir waren noch nicht weg, nö. Bei euch sind alles klar? Ja, super. Genau. Waren wir die Schlechtwetterzeit überbrückt? Mit Gras, Silage oder keine Ahnung? Wir haben noch. Ja, viele Möglichkeiten hast du ja nicht, ne? Waren wir auch noch, glaube ich, ne? Oder warst du fertig? Nee. Bei was denn? Auch Gras, Silage. Ist nix. Ist nix. Und Dünger kaufen. Und Dünger kaufen. Ich überlege gerade. Warte mal. Ich bin gespannt, wie lange wir schlecht weiter haben. Wir haben auf jeden Fall danach schon wieder Sonne angesagt. Das ist doch super. Würden wir doch gerne. Ja. Ja, Gartenhütte, Garten, haben wir nochmal ordentlich Sturm festgemacht. Nochmal alle mögliche Winkel angebracht und diese Sturmleisten und was es da nicht so gibt. Damit das Ganze jetzt nicht hier bei unseren norddeutschen Stürmen im Herbst gleich wieder abhaut. Würdest du das so extrem machen? Ja, macht Sinn. Weil, ich sag mal, das ist ja so ein Gartenhaus auf der einen Seite offen, also überdacht. Wo du, ich sag mal, so eine kleine Sitzschlange drunter machen kannst. So ein eingeschlossener Kasten. Insgesamt sechs Meter breit. Also dreimal sechs Meter und dreimal drei dicht, dreimal drei offen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber alles eben als eine Hütte. Und da greift der Wind ziemlich runter, weil wir das Richtung Westen aufhaben, da wir auch so ein bisschen die Abendsonne damit einfangen wollen, in Anführungsstrichen, einfangen. Aber wenn man da sitzt, eben so die letzten Sonnenstrahlen vom Westen haben will, ist die nach Westen hin offen. Und vom Westen kommen in der Regel hier die Stürme, sprich von der Nordsee. Und es ist auch pauschal immer windig hier. Ja, windiger. Friesi kennst ja vielleicht ein bisschen Niedersachsen, ne? Ja, hier ist immer so windiger. Wir sind halt direkt an der Ostsee. Es ist schon immer ein bisschen windiger hier. Da habe ich immer gesagt, also mehr hilft viel. Viel hilft viel. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Viel hilft viel. Alles mögliche verschraubt und Winkel noch extra. Und wenn denn, glaube ich, fliegt das Haus mit. Unter Konstruktion der Terrasse mit den Fundamenten und allem drum und dran weg. Einmal komplett. Genau, einmal zum Nachbarn ab, ab in die Hecke. Obwohl, dann haben wir Platz für den Pool. Schöne Idee. Dieses Jahr hat sich das ja vielleicht mal gelohnt, aber meistens hast du nicht solche Sommer wie dieses Jahr. Wie sie, lass uns mal eine kurze Hauszeit machen, bitte. Ja. So, jetzt hast du was? Du musst gerade irgendwie was erzählen. Ja, das kann verkauft werden, ruhig. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, dann können wir uns mal den Traktor kaufen vielleicht. Und was ist mit? Wie weit ist die Sehmaschine? Da müsste der Düngerstreuer denn gemacht. Ja, da musst du mal gucken, wie viele haben wir. Wir brauchen dann einen Tiertransporter. Dann können wir das Ziel diese Woche definitiv dicht machen. Dann müssen wir aber auch gleich schon mit anfangen. Weil dann müssen wir noch ein paar Tiere vielleicht zukaufen. Das ist toll. Ich weiß nicht, wie weit der Gegner ist. Musst du auch noch völlig auf deinem Hof spionieren, wie viele Kühe die haben. Kann ich das nehmen. Dann musst du es ja, wie siehst du bei uns die Kühe? Musst du doch vorhin schon geguckt, wie viele wir haben. Wird auch angezeigt. Und hier eine Silage und so. Bist du auch? Genau, wenn man im Eingangsbereich steht, wird angezeigt. Kühl also. Also ich bin heute fast wieder nur die meisten Zeit an Paletten verloren. Sorry Leute, aber nützt nichts. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Wird es wohl auch die Woche über bleiben. Und ihr seht, das sieht schon gar nicht ganz so schlecht aus mit nur einer Palettechnik hier. Sind schon mittlerweile ein paar mehr Paletten drauf, so sich das Fahren dann auch mal lohnt. Leider sind die Preise mittlerweile schon ein bisschen im Keller. Aber ich versuche, wie gesagt, möglichst viel rauf zu stapeln, denn ihr seht die Zeit. Ich komme gar nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie viele Paletten waren mal der Zellstoff. Du warst doch vorhin. Papier und Karton, oder hast du nicht drauf geachtet? Eine Reihe ungefähr. Doch, meine Freunde, aber wir sind dann auch schon fertig. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut euch den anderen vorbei. Alles verlinkt in der Videobeschreibung oder in der Endcard. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Tschüss.